hallo liebe freunde und ein herzliches willkommen zurück zu let's play scum beziehungsweise das hier wird die erste folge sein denn wir haben ja erst einen kleinen test stream gemacht ein bisschen geübt denn dieses spiel ist super super schwer da vorne liegt der benny hallöchen ja ich habe angst dass wir erschossen werden und liegt hier schon mal im dreck ja und gleich treffen wir noch auf ranz ratte und igai und das spiel ist so geil dass ich gedacht habe da machen wir noch ein stream der benny auch und dann haben wir jetzt noch mal losgelegt und erklären euch aber hier in diesem abenteuer noch mal alles von vorne und wenn es euch gefällt lasst doch gerne ein däumchen da so wir befinden uns hier auf jeden fall in der welt von scum so heißt dieses spiel da vorne sehen wir einen wunderschönen kirchturm und ich freue mich dass ihr so vielzellig wieder eingeschaltet habe live auf youtube und auf twitch und ja ich freue mich sehr dass ihr an bord seid hier da sieht man schön diese ganze welt wir befinden uns gerade ich machen wir drücken wir gerade hier die karte auf da seht ihr befinden uns im plan quadrat c3 im süden da dieser blaue punkt das sind wir die karte ist riesig das spiel ist mega schwer und wir wurden hier im zuge einer tv show auf dieser insel abgeworfen ja und auf dieser insel gibt es zombies und wir müssen hier ums nackte überleben kämpfen es ist eine gefängnis insel kann man so sagen wir kommen nämlich nicht von hier runter und der benny ist mit gefangener genau wie ich einer bin und da zeige ich mal hier das ist meine gefängnisklamotte benny ist auch noch ziemlich stylischen gefängnisklamotten unterwegs ja da kann man natürlich auch super sehen hier in diesem wunderbaren neon ja und da haben wir das glaube ich mal grob erklärt und ihr seht das spiel erinnert des sie nicht nur optisch nein es erinnert ihm auch sehr vom gameplay her nur ist hier schon vieles fertiger was in des sie noch nicht am start ist außerdem haben wir hunger durst und vieles mehr mensch da kann man erst mal stundenlang erklären bernie ne hier ja echt so also das ist das riesen update für des sie das nie gekommen ist quasi ich glaube also fahrzeuge fehlen hier auch noch aber so weit wie das schon alles ist und wie gut das funktioniert ihr werdet es gleich sehen als es läuft viel flüssiger man kann viel besser steuern die zombies bewegen sich nicht so seltsam und laufen gegen wände es gibt schon voll viele sachen die man einsammeln und craften kann und die ja ihr könnt auch gleich mal das inventar angucken genau das ähnelt sie natürlich sehr ihr seht hier die ganzen sachen die klamotten und pipapo aber was der benny meint zum einen auch crafting ist auch schon integriert wir können viele sachen craften feuerchen was weiß ich was alles drum und dran weil wir müssen auf dieser gefängnis insel eben ums nackte überleben kämpfen aber wie gesagt es gibt auch zombies und andere spieler die uns hier angreifen könnten und danke geht raus an den guten kiefer denn der hat ein euro gespendet danke diesen live stream als erster freut mich sehr mein lieber und jetzt kommen wir hierzu metabolism leute und das hier ist einfach nur krass hier sieht man sogar die die nummer der zähne also spiel ist so real life intensiv krank dass man hier wirklich ums real überleben kämpft sozusagen ihr seht im moment verbrennen also 755 kalorien und kriegen aber nur 514 rein das ist natürlich nicht so berauschend unser charakter hat hunger dorst wie gesagt wir können sogar zähne verlieren wir können fieber krank krankheiten und es gibt sogar vitamine die wir nehmen müssen und so weiter und sofort und der benny der ist immer noch ein bisschen zu laut da will ich dir mal ganz kurz ein bisschen leiser machen wenn der da nie über den boden krabbelt da der kleine benny ja das tut mir leid dann machen wir das diesmal direkt richtig guck mal hier 7 kommen 7,0 db für den benny alter wir hat er doch nicht verdient das ist aber ein bisschen viel das ist ein bisschen viel so benny oh hätte ich beinahe noch mit dem deck auf dem deckel gegeben jetzt meine energie gedroppt energie brauchen wir auch mein charakter hat hunger der fühlt sich nicht mehr so fresh der ist fresh auf der insel gestartet da sehen wir ihn mal richtiger schönen ding muss ich meiner sagen ne benny komm findest du doch auch genauso sexy wie ich mein charakter ja ich steh mal auf den kann man den benny auch mal zeigen kurz hier steh mal richtig auf bitte so da sieht man dass der benny sein charakter der mask gerade sauber ne ja bisschen staub vom boden ne ja ja da hat er sich gerade sauber gemacht wenn ja doch ein paar tattoos hier oder wo die hand ist da sieht man es gerade ganz gut man kann sogar hier mit kann man kann man das dings ausschalten ne auch ganz geil guck mal hier habe ich gefunden finde ich auch nice leider keine munition verdammt also das wird noch zum problem leute und wir freuen uns natürlich dass ihr dabei seid das ding ist richtig cool das spiel ist es wirklich richtig cool ich habe am anfang ein bisschen argwürdig geguckt und nachher gedacht einfach nur ein hammer game leute und wir werden das jetzt sicherlich öfter streamen also wenn ihr nichts davon verpassen wollt einfach abonnieren oder bei twitch verloren und so weiter ihr kennt dieses spiel so und jetzt werden wir erstmal bevor wir die anderen connecten um euch das ein bisschen besser erklären zu können dankeschön an den kiffer werde ich hier mal ein bisschen abchecken was wir hier noch so sammeln können ja weil wir müssen echt hier ein bisschen krempel zusammen bekommen das ist echt wichtig so ganz kurz mein inventar und ja ihr wisst ja wir haben schon ein bisschen hunger deswegen esse ich jetzt mal hier eine chocolate bar lecker manni schokoriegel köstlicher ich habe ein magazin gefunden für die pistole glaube ich dort schreibt gerade nächstes jahr sehe ich dich auf der gamescom sari ja würde mich freuen jordan mein lieber wie gesagt gamescom war super geil mit euch nochmal ein herzliches dankeschön an die vielen die wir da sehen durften und war einfach richtiges abenteuer auch noch die bootshaus party die wir hatten die command party machen wir nächstes jahr wieder wird auf jeden fall richtig richtig nice wenn die war ja auch da am start ja war sehr sehr geil ein richtig cooler abend einfach super cool und coole woche natürlich auf der gamescom auf jeden fall auch so anstrengend natürlich aber auch sau erlebnisreich und darum geht es ja im leben um erlebnisse deswegen heißt das ja so oder finden wir nichts wie gesagt wir werden jetzt erst mal ein bisschen hier durch rennen und ein bisschen diese ganzen sachen unter die lupe nehmen ihr seht da schränke tische was weiß ich was sogar kaffeemaschinen hat der benny schon abgecheckt da ist leider kein kaffee mehr drin gewesen sonst hätten wir uns ja freuen können obwohl der wahrscheinlich auch verschimmelt hier kann man aber kohleautomaten ist da immer drin nein nix natürlich ah mann 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 ist schon guck mal hier ist eine waffe die könntest du mal in die hand nehmen ist glaube ich auch so eine schrotflinte wie ich hab wo denn in dem ersten schrank oder alter na immerhin und ich leg mal noch eine pistole da raus die kann ich leider nur in die hand nehmen habe ich leider kein holz dafür fehlt mir jetzt alles noch den richtig geilen kram gibt es wie in der sie auf dem erfi man sieht das hier auf der karte ich kann es leider nicht genau zeigen aber so ein b1 und dann gibt es noch verschiedene in b3 haben wir auch schon die bekanntschaft mitgemacht gibt es auch noch so ein gebiet und wie gesagt wir müssen hier sachen sammeln also nicht nur essen sondern weil es halt auch eben spieler gibt die uns als leder wollen nicht jeder ist friedlich denn andere wollen gerne unser essen haben ja müssen wir dementsprechend auch gegen die antreten und ich hoffe das wird nicht immer böse enden ich hoffe hier kann man auch mit manchen reden das wäre sehr schön aber im worst case machen wir irgendwann noch mal einen eigenen server vielleicht ist stücker ist schon sehr bald mal schauen wollen wir mal in die kirche da drüben ja genau gute idee wir müssen aber echt höllisch auf der hut sein also wie gesagt und nicht nur spieler kommen hier sondern auch zombies um das mal eben einzuwerfen ja und es gibt auch noch so riesen robos man hat leider am anfang des streams nicht ganz sehen können wir uns hat auch zwischendurch so eine drohne beäugt denn das wird ganze wird ja für eine sogenannte show aufgezeichnet quasi schaut ihr live das auf twitch oder auf youtube halt eben so und hier fiktiv gibt es halt auch eine show die uns hier als kandidaten aufzeichnet wo die leute dann da draußen in der welt zuschauen können was hier bei scum abgeht scum heißt nämlich so viel wie abschaum und das auch mal in raum zu werfen guck mal schöner friedhof benny wo ich bin sofort da ich habe ein paar messer gefunden ich bringe eins mit oh geil der messer sind nämlich ganz wichtig mit messern können wir ja auch büsche beschneiden oder vielleicht auch mal bin zu häckseln und wenn die blase drückt leute jetzt kommt es nämlich ohne das mache ich jetzt nicht beim friedhof oh fatal error geil geht schon klar und da sind wir auch schon wieder zack minimaler server crash wie gesagt early access so ist es nun mal und hier sind wir wieder zurück auf diesem wunderbaren friedhof der schön designt ist grafisch finde ich das spiel übrigens auch cool muss ich mal sagen oder ja sieht richtig gut aus also schöne lichteffekte coole texturen und es läuft vor einem flüssig dafür auch so und snake eyes fragt gerade was ist das ziel vom spiel kann mir das jemand erklären und da erkläre ich dir das mal eben mein lieber folgendes wir sind wie gesagt gefangene auf einer insel abgeworfen worden um in einer tv show ja als als freiwillig sich zu präsentieren sozusagen man kämpft auf dieser insel man überlebt auf dieser insel ist aber kein battlegrounds typisch es wäre eher ein long term battlegrounds würde ich dann fast sagen das bedeutet wir würden hier können ja auch wochenlang spielen also der bereich verkleinert sich nicht wir müssen hier essen können nachher sogar sachen anpflanzen wir können alles mögliche machen um hier in dieser welt zu überleben so und liebe grüße gehen auch an raus an den kevin b könig ein grüß an dich und auch an den benny schreibt da liebe grüße zurück mein lieber ja von mir auch liebe grüße du bist noch an dieser tollen kirche wahrscheinlich da renne ich jetzt mal gerade rüber meine energie ist ziemlich low weil wir haben echt hunger hält to connect oh ja da muss noch mal rein probier normal das müsste jetzt gleich gehen ich schaue mich schon mal genau in der kirche um in der zeit oder ist voll der server oder muss ein bisschen das der vollste server von allen schuld ist wegen vorhin tut mir jetzt aber leid ich habe einen geilen apfel gefunden berni der ist nicht mehr ganz so fresh da muss man rumprobieren gleich muss ja irgendwann wieder drauf gehen können in der zeit schaue ich mir mal genauer die kirche an wie gesagt das neue access kann hier noch zu fehlern kommt alter eine ganz fette melone die gebe ich dir dafür nachher wenn ich ich schaue mich jetzt hier mal in diesem gebiet ein bisschen um wie gesagt wir brauchen am anfang vor allem stuff wo ein flanell shirt warum ist der charakter denn immer wieder hungrig habt ihm doch den chocolatriegel hier hoffe dann ist er endlich ruhig mal gucken wie es aussieht in unseren daten da sieht man es ja immer schön und wir nehmen auf jeden fall wesentlich weniger kalorien auf als wir verbrauchen wir müssen am besten die ganze zeit nur rumsitzen dann würden wir deutlich weniger kalorien verbrauchen so ist das wirklich berechnet so viele sachen dieses spiel das ist schon ziemlich ziemlich geil gemacht muss ich meinen raum werfen so gehen wir mal hier hoch gerade machen uns hier noch mal um bis der benny dann auch wieder in der gegend ist dann werden wir mal die anderen jungs probieren zu connecten oh hier geht es aber kriegt mein drehwurm ist schon wieder hungry der charakter guck mal ein blick nach draußen riskieren mega schön oder das sieht schon richtig gut aus dann renne ich hier mal gerade rainbow dash danke für die bratwurst 20 plus 70 für die der kleinste aus der runde grüße dobi rainbow dash mein lieber vielen vielen dank hat mich doch gefreut war echt spaßig mit euch auf der gc kann ich immer wieder nur eine runde werfen und an dieser stelle ja auch mal den jeff court erwähnen wo sich ja viele leute aus der community treffen und dementsprechend auch viel quatschen hier wenn wir live streamen und so das ist immer wieder lustig dankeschön so dann gucken wir uns mal hier weiter vorne um benni muss noch sich durch die tiefen des spiels kämpfen ja leider immer noch voll der server das spiel ist so geil als sich da wer ausloggen will auf dem server weißt du diese probleme haben wir wahrscheinlich beide erledigt und wie gesagt das führen wir euch jetzt mal ins spiel so ein bisschen ein im letzten haben wir ein bisschen geübt da liegt auch eine lupe seht ihr das so und so ein kleiner radatzchassis alles also das alles mögliche kannst dir nachher natürlich auch aus allem möglichen zusammen sachen zusammen basteln das erste ist natürlich wichtigste ist erstmal looten genau wie in der sie looten sachen finden ich lese gerade was das sniper übersehen auf dem turm oder so oder muss ich da gleich noch mal hochgehen ein wahnsinn wie konnte ich nur metal scrap lasse ich noch mal ein bisschen liegen aber eine sniper will ich natürlich nicht immer sehen weil die kann uns hier natürlich wirklich den puppes retten what the fuck da lag eine waffe oben auf der kirche sorry leute da habe ich mich gerade darauf konzentriert ob der benni wieder spielen kann und hin und her da renne ich noch mal hoch da renne ich natürlich noch mal hoch wenn das so sein sollte dass ich da irgendeine waffe übersehen habe jordan dankeschön auch an dich noch mal an dieser stelle oben auf dem turm meint ihr in der kirche oben siehst du zum glück streame ich das mal gerade damit wir diese ganzen abenteuer auch so begleiten können ich werde da ein bisschen ausgleichen natürlich zwischen streams und oder stimmt da bin ich einfach so lange gegangen ein m1 rifle ne das will ich nicht in die hans nur take leute es wäre total eigentlich muss ich die crowbar droppen und dann das m1 rifle müsste dann noch hier geil ich habe zwei waffen und eine crowbar benni schrotflinte und m1 rifle und der benni ist wieder da super hast du in der kirche nichts verpasst habe ich alles schon leer gelotet ok also dank den leuten guck mal hier noch hier ist noch ein bisschen metal scrap falls du willst aber ich weiß nicht ob du so heiß darauf bist brauchen wir wahrscheinlich später ohne ende ach guck mal hier in der kanzel hier oben dann bin ich im haus gegenüber der kirche könnte vielleicht noch was liegen ne nix ich weiß auch nicht ob wir hier in der stadt jetzt noch so viel finden essen wäre nicht schlecht aber waffentechnisch müssen wir wahrscheinlich eher zu den anderen vorstoßen gleich ja wir können ja mal per funkspruch gucken wo die jungs sind ne sollen wir das mal machen gerade ja lass mal machen wir schauen können wir gleich mal schauen moment dann wechsle ich gerade mal eben die funk frequenz wie lustig hahaha hallo hallo können wir mich hören können wir mich hören ja komm Leute, wir finden uns hier irgendwo auf der Insel. Planquadrat C3. Okay, bestätige Planquadrat C3. Wir sind bei D3. Treffen uns D2. Tunnel. D2 bedeutet D2 Base, unten Stadt, Ortschaft. Nein, wie damals. D2, Vertrag, Vodafone, Telekom, jetzt links, abbiegen. Verstehe. Was habt ihr geraucht? Verbindung unterbrochen. Sag ich doch, D2, Bruder. Sehr geil. Wo waren wir uns denn? Ranzi und Jigai auch wieder dabei. Welche Überraschung. Ja, guck an. Wo sollen wir das jetzt treffen, Kinder? Ja. Wir sind bei C3 in dieser Ortschaft. Hinkt ihr immer noch B3, oder was? Wir sind hochgelaufen und befinden uns jetzt im Quadrat D3 auf der rechten gelben Straße. Sascha kommt jetzt aus D2 und dann wollten wir uns auf der Straße treffen und prügelen. Einfach so wie früher. Ich bin gleich da. Ich komme gleich über die Grenze. Hab ich richtig verstanden? B3, rechte gelbe Straße. D, Dora. D, Dora. Okay, gut. Okay, dann gehen wir nach Norden. Dann kommen wir hin. Rechte gelbe Straße. D, Drei. Okay. Ja, aber da sind doch mehrere, oder? D, D3, rechte gelbe Straße. Gibt es nur eine, würde ich sehen. Die, die nach D2 geht? Ja. Korrekt. Okay, kriegen wir hin. Okay, Benni. Ich sag doch, Benni wird unser Doktor. Leider geht unser Jogging-Trick nicht mehr. Benni ist ein Brainy unterwegs, ey. Wir sind alle doof, außer Benni. Der ist schlau. Ja, das stimmt allerdings. Ist was dran. Hä? Oh, ich bin tot. Ey, Leute, ich trinke mal gerade einen Schluck am Brunnen noch eben, bevor wir da losjoggen. Es funktioniert leider dieser geile, wir hatten so einen kleinen Trick noch rausgefunden, für die, die es nicht wissen, wo man so mit so Boxen dann ganz coole Sachen machen konnte. Ich sag mal, man konnte schnell in der Rennen, hat nicht so viel Ausdauer verloren, aber das haben sie schon jetzt gefixt, glaube ich, irgendwie. Ist so, das habe ich vorhin auch schon gedacht. Nicht so, nein, wirklich? So schnell sind sie unterwegs hier bei Scum, so schnell entwickeln sie. Ja, und wie gesagt, das Game, 20 Euro und kommt morgen offiziell raus. Geil. Geht bei euch auch nur, I'm hungry. I'm hungry. Warum gibt es hier ein Tagebuch zu finden? Ein Tagebuch? Ja. Oh, ich renne die falsche Richtung, auch sehr gut. Sag mal, Benni, wo bist denn du jetzt? Da bist du schon losgelaufen eigentlich. Ich warte mal am Ortseingang Game Zickel C3 oben auf dich. Ich bin aber langsam unterwegs, wir lassen uns jetzt Zeit, weil wir können ja nicht viel laufen. Jetzt müssen wir viel quatschen, Jungs. Schwung ist gerade sehr schlecht. Schwung ist gerade der Ausgang. Also bei der Kirche, ja. Ich kann sogar noch mehr trinken. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich übertrinke, Leute. Habt ihr das schon rausgefunden, wie das so? Ja, pass auf. Ja, das funktioniert im Bootshaus. Du gehst einfach da. Oh. Ich habe das eben so gemacht. Ich habe dieses Metabolism-Ding geöffnet. Und dann siehst du ganz unten rechts, wenn du was trinkst, kommt da so ein Kreis mit Wasser dazu. 200 Milliliter. Und gleichzeitig siehst du auch dein Stomach-Volume. Und ich habe dann so sechs, sieben Mal getrunken. Und das Stomach-Volume war immer noch bei unter 50 Prozent. Und dieses Wasser addiert sich dann so auf und wird langsam dann so verdaut, glaube ich. Boah, Alter, da kann man ja richtig was in unseren Bauch. Bei dem geht aber gut was rein. Danach war ich dann auf 100 Prozent. Ja, Leute, Stomach, Bauch, also der Magenumfang. Da geht einiges rein. Den erweitern war jetzt ordentlich mit ein bisschen Wasser. Also ich bin jetzt am Ortsausgang. Der ist bei der Kirche eigentlich. Ja, ja, ich komme gleich. Ich mache mal kurz mit dem Wasser, Magen voller Wasser. Ist ja nicht schlecht wahrscheinlich. Warte ich am Baum vor der Kirche. Ah, ich mache den mal 40 Prozent voll, oder? Du hast ihn richtig voll, voll gemacht. Wie gesagt, so. Auf D3, Stefan. Ja, ich bin kurz, also, ich würde sagen, nur zwei, drei Kurven, dann sehen wir uns. Vor dir so einen krassen S-Kurve nochmal, weißt du? Ah, okay. Dann bin ich. Okay, es wird viel gelaufen. Geht ihr denn jetzt im Turbospeed oder joggt ihr jetzt eher so Standard? Wahrscheinlich Standardlogger. Ja, so ein bisschen Joggen, ja. Ja, so Loggerflogg ich durch die Hülse. Oh, bei mir ging das mit dem Rennen gerade schon wieder ganz gut. Das stimmt wirklich, Walle. Erklärt immer alles nochmal neu. Wie in so einer Serie, Alter, wo immer, was bisher geschah. Was bisher geschah. So geil. Ja, aber das Problem ist, dass auch immer alle danach fragen, weißt du? Weil immer so viele Leute zuschalten und du da nie weißt, okay. Ja, ja, stimmt schon. Und das Spiel ja so neu ist, deswegen muss man mal gucken. Oh, guck mal, was macht denn der Benni da? Der wirkt aber ganz schön aggressiv. Warte mal, Benni, ich wollte dir mal was zeigen nochmal kurz hier. Ey. Wie geht das überhaupt? Weiß nicht, wie man pinkelt oder was? Nee. Stopp. Oh, das ist halt gut. Du drückst einfach genau Tab länger. Du kannst alles Mögliche auswählen. Medical gibt es auch hier, guck mal. Diagnose. Man kann auch hier das machen. Das ist echt fies. Okay, ich mach's. Was soll's. Bildungsauftrag. So, Sascha, wo kommst du? Na, ich bin eigentlich, also... Oh, ich hab's durch den Wald. Der presst richtig raus, du. Nice. Ich hab' dir einen wunderschönen Brunnen für dich, Sascha. Boah, warte mal, ich muss dich mal im Team-Speed-Leiter machen, du bist so leise. Du rennst doch ein bisschen zu schnell, oder, Benni? Wie, wieso? Wir wollen doch noch Stamina behalten. Das ist dann unser Charakter wieder völlig am Ende, wenn der... Dann machst du einmal so? Den Boxertrick meinst du? Geht der immer noch? Sascha, hier ist ein... Okay. Dings für dich. Ey, na? Also, ich bin jetzt auf der Straße. Na, du? Na? Ne? Hey. Wir sind überhaupt kein offenes Ziel auf dem vollsten Server überhaupt gerade. Krass, ich hab' dich irgendwie so geämmt. Wie entaim' ich dich denn? Ja, das ist irgendwie, wenn man nebeneinander... Ach, wir müssen uns mal in den Squad befördern. Okay, wie machen wir das nochmal? F gedrückt halten. Bei der Person. Bist du jetzt genau an der Grenze, oder wo bist du? Ja, ja, in dieser S-Curve. Ich hab' dich eingeladen. Bin ich. Okay. So, siehst du? Hier ist ein Brunnen, du kannst direkt was trinken hier. In welcher S-Curve bist du denn? Naja, die, wo der Tal unten ist und die Leitplanke dran. Also, das mit dem Boxen ist echt so bescheuert. Da müssen wir, glaub ich, noch ein Stück weiter. Also, da hat's dich mit einem Trick auf sich, Leute. Denn dieses Boxen ist so, dass mir, glaub ich, einen kleinen Minibug gibt, wenn man dann mehrmals rumwachst, boxt, dann lädt sich die Stamina schneller auf und man kann schneller laufen. Ja, da bin ich schon viel weiter als du. Deswegen nicht wundern, wenn wir die ganze, der Luft rumboxen. Ja, ich lauf wieder zurück. Sehr geil. Ich spiel' dich ja voll über vor, dann weißt du, mein dickeres Essen hier. Ihr seht das, die Stamina lädt sich immer wieder auf, das ist natürlich wahrscheinlich noch ein Fehler im Spiel. Kommt das Spiel auch für Playstation 4 raus? Bye, my Tom, fragt das gerade. Äh, glaub ich nicht, mein Lieber. Zumindest vorerst nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn's ein Erfolg ist, das sicherlich auch für PS4 rauskommt. Was ist das denn hier? Wunderschön, das sieht doch aus wie ein Hühnerhaus oder so. Ja, ein Hühnerhaus. Hm, schön. Leider keine Hühner mehr drin. Ich bin auch schon durch, äh, einen Weinberg gelaufen. Das war auch ziemlich cool. Oh cool, hier gibt's Sachen drin, Alter. Metal Scrap und so. Oh, hier kann man trinken, aber ich bin ja voll. Also eigentlich möchte ich dich jetzt sehen. Mit dem Brunnen, das funktioniert ganz gut, ne? Ah, hier, ja. Ja, hier. Die ist doch mega geile Brunnen, Digga. Guck mal, mein wunderschöner neuer Pulli, Benni. Willst du mal sehen? Ach, warte, ich wollte dir doch, äh, ein Messer geben. Hast du eins? Nee, nehm ich gerne. Na, da bist du ja. Moment. Boncione. Nimm dir einen Schluck. Oh, voll geil. Ja. Ich bin gespannt, wenn wir auf die Jungs treffen. Diesmal werden wir aber richtig überleben, ne? Sie survival jetzt richtig hardcore, ne? Wir wissen ja jetzt, was uns erwartet. Ja, das Messer liegt da. Oh, auf dem Boden. Oh. Ich hab gedacht, ich loote nur ein bisschen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Oh Gott. Was ist passiert? Ich scheiße den Brunnen aus, dem Sascha trinkt. Ja, der sitzt halt oben drauf und wir müssen dann den Krüttel rein, Digga. Oh. 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 Lecker. Lass dir schmecken, Sascha. Ja, ist lecker. Ist supergeil, Mann. Ja? Supergeil. Oh. Oh, Mann. Du, pass auf, wann kann man denn ein Messer in die Hosentasche stecken, Leute? Hört sich jetzt falsch an. Hör, 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 hör. Oh. Ja. Schön. Genug Internet für heute. Oh. Äh, wie Messer wegstecken? Ich glaub, du musst das auf so einen Quick Slot ziehen und dann die Tasse einfach nochmal drücken. Aber du tust ja nicht in die Hosentasche, oder? Also. Die Quick Slots gehen nur aus deinem, deinem Inventory raus. Also, wenn du keinen Platz hast, hast du keinen Platz. Hey, wer ist denn? Warte mal, ich mach mal was? Ja, dann dropp der es einfach. Du brauchst echt viel Platz für so ein blödes Messer, ne? Ich hab irgendwie auch gerade Bock auf Scheiß-Messer. Das ist echt mies. Ja, gut. Also, Inventory muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Das ist noch ein bisschen umstellungswürdig. So, mal gehen wir hin? Ja. Okay, lass weiter zu den Jungs reisen, oder? Ja. Also, wo treffen wir uns jetzt? Äh, Planquadrat D3 da, ne? D3, ja genau, D3, gelbe Straße nach rechts. Ja, dann lass uns die wieder zurücklaufen, ne? Dann hab ich dich eigentlich sozusagen nur abgeholt. Ah, ja. Cool, mit dem Messer geht das auch? Der Trick hoffentlich. Achtung! Ja, Vorsicht! Warte, ich muss mir kurz ein Stück Pizza abschneiden. Oh, das geht mit dem Messer nicht so gut, Benni. Nicht ganz so gut, ne? Oder? Pizza abschneiden? Das geht fast gar nicht, glaub ich. Ich muss hier aber mit dem Messer jetzt droppen, das ist ja doof. Das ist sehr wichtig. Hm. Geht das wirklich nicht? Mich ist gerade fast leer gemacht. Ja, genau, das ist der Ashtag sauber in den Brunnenkaktus. Probiert das gerade statistisch aufzuwiegen. Ja, es geht nicht mit dem Messer leider. Weil hier voll viel Stamina. Wo spielt das hier überhaupt? Marov und Labor heißen hier die Bordhoffen-Schilder. In Tschechien, oder? Hab ich irgendwie sowas gemacht? Oh, das stand gestern in dem Chat. Tschechische Republik, oder? Tschechische Republik kann auch sein. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß das ja jemand im Chat. So mediterran sieht es in Tschechien aus, meinst du? Also hier gibt es ja schon manchmal diese Nadelwälder mit Strandi. Mit Strandi? Ja, süß, ne? Jetzt gerade eine Frage, beste Benzingurgler. Wird man sick, wenn man Wasser trinken, das der andere zuvor gekackt hat? Tatsächlich, ja. Ja, tatsächlich. Das ist geil. Ja. Dann bist du jetzt krank geworden von der Scheiße vom Neumann, oder was? Ne, ich glaube, das funktioniert noch nicht, aber es soll wohl auch gehen, ja. Das ist schon geil. Ich hab das Gefühl, dass Afrika ist, dann ist das okay. Okay. Afrika? Ja, Erdkunde, sechs, wa? Das sieht total afrikanisch aus, diese Bilder. Oh, hier ist die Savanne. Oh, guck mal an den Pfannen. Witzig. Ich bin wirklich in Lange, in Rüssel. In große Ohren. Und ich vergesse nie etwas. Ich bin so schnell unterwegs, könnte ich kaum glauben. Lauf nur mal schneller. Ja, ich muss jetzt mal gerade meine Stamina wieder aufpimpen. Mit ein paar Boxschlägen, weiß ich, war ganz schön low. Ist noch bei mir. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter vorne. Ich warte bei der Brücke. Da ist ja wahrscheinlich eine Brücke über den Fluss da oben, ne? Am Weg. Okay. Einfach den Weg immer weiter nach Norden erstmal. Jetzt mache ich Turbogang. Oh, wow. Okay. Ich dachte, das war ein Zombie. Ein Löwe. War ja auch nicht falsch, Penny. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Wer hat die... Wer, wer? Vorsichtig. Ist ein Drüber mit der Spitzaktion, mein Freund. Was ist da los, Neumann? Was ist da los? Hör doch mal ein schöner Palabe hier. Hey, Menschenskimmer. Lieber Scholli. Also ich bin jetzt gleich beim Fluss, aber nicht beim Weg. Befestigen Sie alles an dem Rücken. Meinst du kannst da einfach rüber? Das wird die Frage über der Fragen. Raus hier. Oh, Mann. Wow. Okay. Ich mache wieder den Schlagtrick. Hä? Oh, ja. Stimmt, vierte Wolves ist ja auch draußen, ne? Was ist das denn? Ich habe irgendein riesiges Ei gefunden. Ich esse das einfach mal so. Ja, ja. Gönn dir. Wow. Gönn dir. Das ist ein Zombie-Ei. Dann kriegst du ein Alien-Baby, wenn du das isst. Ja, wie nur ein Laser-Raptor, oder? Ja. Ach, das ist ein Riesenpilz. Ja. Nein, den habe ich auch schon mal gegessen. Das ist gemundet. Die gönnen mich mir jetzt. Dafür, dass die... Ja, gönn dir. Ne, der... Lecker steht da. Alles gut. Köstlich. Kannst du... Oh, hier ist ein Spieler getötet worden. Ob das gut ist? Können die ja die Sachen von denen. Oh, oh, oh. Ich bin irgendwie... Ich habe kein gutes Gefühl. Danke. Boah, hier ist voll das gute Backpack. Komm schnell her. Ne, wir können gerade nicht... Wo bist du, Benni? Moment. Ähm, pass auf. Jetzt wird's spannend. Ich bin genau auf der Brücke. Da, wo wir uns treffen wollten. Wir drücken... Warte, stopp. 130 BPM. Also... Auf der Brücke, wo wir uns treffen wollen. Das heißt, C3... Ich muss ganz kurz mich konzentrieren. C3 in dem gelben... Gelben... Gelbe Straße da in der Mitte über die Brücke. Ähm... Ja. Okay, verstehe. Okay, dann laufen wir jetzt oben allein. Ja, was? Wo? Na, geht mal Richtung Süden, wenn ihr da noch wartet. Vielleicht. Ja, genau. Die gelbe Straße runter. Und dann bei der weißen links einfach. Nie ohne Scheiße waschen. Wir können uns ja im Norden treffen. Da bei C3 im Norden, an diesem Haus da oder so. Ja, klar. Oh, Benni, das ist aber eine riesen Ortschaft, ne? Ja. Weiß, ich lebe gefährlich. Also, ich finde, die Kombination läuft schon deutlich besser als bei der C3 damals. Dank der Karte. Ja, das auf jeden Fall. Das war aber auch ein riesen Problem, ey. Ja. Musste man bei der C3 sogar zwei Karten Seiten immer finden oder so? Ja, ja. War das der C3? Oder war das Rust? Da gab's überhaupt eine Karte? Nee, Daisy gab's eine Karte, die konntest du finden, aber auch nur so. Also, Daisy what? Aber man hatte ja immer dann die Cheat-Karte da. Off, on. Weißt du, diese im Internet, die du da halt ausdrucken konntest. Ja, ja. Hat's ja jeder, ey. Man, nur, Mann, was den hier alles hat. Finde ich einfach Gameplay-technisch zu hart. Weißt du? Ja, stimmt schon. Ich bin jetzt ein bisschen langsamer unterwegs, Benni, weil es muss gerade mal wieder Stamina gerade pumpen. Das klappt echt wirklich, ne? Magazine, AKS. So, du stehst da auf der Brücke? Ja. Okay. Ich loot euch im Montau. Cool, kannst du mir was überlassen? Ey, das ist so viel, keine Sorge. Geil, da freue ich mich. Du kannst dich einmal komplett ausstatten. Wir werden bestimmt gleich getötet. Da ist bestimmt eine Metzelei passiert, Leute. Haben wir das schon mal geschafft, ey. Geht ihr gerade über die Brücke? Ja. Liegt rechts davon eine Leiche? Hm. Nee. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Okay. Ja, ich wurde da vorhin beschossen. Mit einem Jagdgewehr. Das ist aber jetzt schon, boah, eine gute halbe Stunde vorbei. Joa, hier liegt so ein Jagdgewehr. Und eine U10, oder? MP5. Und der hat einen fetten Rucksack? Habe ich da finden. Ja, der liegt da noch. Oh, Leute. Das ist ja die Gönnung pur. Aber das Spiel, wie gesagt, man sieht es jetzt noch nicht, aber es ist einfach scheiße schwer, ne? Freunde. Wie lange war dein längster Überleben bisher, Ranzi? Mein was, bitte? Mein längster Überlebnis bisher. Ähm, ich glaube, jetzt dann sogar zwei Stunden oder so. Riecht gut, das ist schon nicht schlecht. Zwei Stunden? Ja, geht doch schon. Sag mal, was ist besser, MP5, M1-Reifel oder die Schrot? Was meint ihr? MP5 mit Range, M1 Long Range, Schrot-Schrot. Ja, ich würde sagen... Also, ich würde vielleicht eine Mischung, also, ich weiß nicht, M1, hast du einen Scope dafür? Dann würde ich sie nehmen lassen. Nehmen wir die weg. Komm, droppen wir die. Benni, wenn du willst, kannst du die nehmen. Nö, ich bin komplett voll. Nimm alles, was du liebst. Boah, das ist ja echt krass verteilt. Diese Landschaft ist ja Wahnsinn hier. Ich mach dein Bild und druckst dir aus. Aber man kann die theoretisch sogar in den Rucksack ballern. Die Knarre. Nee, die passt leider nicht. Was, mein Kumpel hat in zwei Stunden Geburtstag? Ich will ihn überraschen. Kannst du ihn in den Horst rum, du? Nö. Mein Gott, ey. Da zockst du doch selber noch. Ja. Aber die Idee ist gut. Nö. Ja. Oh. Einfach voll niger sitzen. Nö. Nein. Du siehst doch immer alles, was auf dem Boden liegt, links in der Leiste. Ja, ja. Aber da ist ja nicht viel Stuff, außer die. Also, wo hast du da? Nimm doch die ganzen Klamotten. Da sind noch, die haben doch Taschen ohne Ende. Die Klamotten, die da liegen. Aber da sind doch noch, ach, diese hier, ne? Stimmt, die Work Jacket. Also, stell dich einfach mal hin, drück Tab und dann ist ganz links die Spalte. Ich pack das mal ganz kurz. Ja, ich hab das schon gecheckt, hm? Die Tactical Gloves kann ich auch noch equipen, das ist nicht schlecht. Das Ding ist ja überhaupt nicht auffällig. Und der Cotton Rudy ist besser als das Track suit top wahrscheinlich. Okay. Das hat echt... Die Krippe schrägt echt ein bei dir, ne? Was? Was schlägt ein? Ne Nadel, ey. Na gut, ich glaube, wir sollten uns hier auch nicht ewig aufhalten. Ich hab jetzt mitgenommen, was mitgezogen... Du hast noch ein Messer für mich, Benni, meintest du, ne? Ah ne, das habe ich ja gedroppt, das habe ich ja bekommen, stimmt ja. Ah ne, ich habe das ja hier, das Bajonett geht ja auch. Kann man das Bajonett auf welche Waffe wahrscheinlich M1 Rifle, ne? Hm, vielleicht. Ich lasse es jetzt mal liegen, gucken wir mal hier. Ja, lasst mal weiter, oder? Ja, wir sind super ausgerüstet jetzt, also. Würde ich gerne einmal schießen. Ja, mach doch mal. Ja, komm mal, über die Brücke, wir machen das vielleicht da oben im Wald oder so. Ich habe ja keine Ahnung, ja. Wir kommen jetzt gerade die Weiße Straße und dazu diesen Fluss und dann müssen wir nach links weg? Ist das richtig? Das war mein Schatz. Ähm, ja genau, nach links runter dann im Süden. Okay. Dann kommen wir euch entgegen. Ja, geil. Sollen wir die Ortschaft einmal kurz hier mitnehmen, Alter? Ja, ich muss aber kurz Hände waschen, also ich warte kurz hier im Haus. Ja, ich gehe mal von rechts nach links durch. Ja, ja, ja. Hallöchen ihr Lieben, die gerade zugeschaltet haben, freut mich sehr. So, Benni, kleines Joggingmanöver. Willst du jetzt, ich habe doch keine Hände frei, Junge. Willst du wieder den Joggy-Boggy machen? Ne, ich kann auch langsamer laufen. Das sieht so dämlich aus. Der Trick wird auch nicht ewig funktionieren. Ey, wenn wir uns gleich gefunden haben, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, sollen wir uns dann so einen kleinen Shelter oder so mal bauen in so einer... Ja, ihr habt auch Bock, mal ein bisschen zu craften. Ich auch, das mal zu lernen, alles. Also, lass kurz mal das Feld hier checken, Benni. Vielleicht finden wir hier gutes Essen für uns nachher. Wir brauchen auf jeden Fall Kartoffeln. Ja, ich habe Sonnenblumenkerne gefunden. Die werde ich knabbern und euch überall die Kerne hinspucken. Ey, vielleicht können wir die irgendwo pflanzen halt auch richtig, weißt du? Ja, stimmt. Boah, noch mehr Kartoffeln. Wir bringen mit, Leute. Ja, konnte ich die... Ach, die sind jetzt immer ein Slot. Okay, ich verstehe. Boah, hier gibt es richtig viele Kartoffeln. In Notfall war, glaube ich, Essen für alle hier. Müssen wir uns mal merken, den Punkt. Essen für alle. C2 da, bei C3 bei der Brücke da. Das ist ein guter Ort, um Essen zu finden. Ich habe schon viele Kartoffeln gefunden, ey. Ich würde gerne einen Ort finden, wo man richtig nice looten kann, aber wo halt nicht so Map-Warrior-Fiecher sind, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Das hört auch mal, um auch entspannt zu looten oder so. Das sind halt so Riesen-Roboter. Sind das eigentlich Roboter? Ja, ne? Müssten ja. Sind ja nicht gesteuert von irgendwelchen Menschen. Da sind ja auch diese Drohnen. Oh. Aber man denkt halt, die wären easy. Sind sie aber echt nicht. Eben habe ich beim Stream gesehen, wie der E-Guy durchs Fenster erschossen wurde. Der Arme. Ja, ja. Aber der hat es auch sehr toll angelegt. Ich glaube, ich habe genug Kartoffeln für alle. Ich auch. Juhu, Kartoffeln auch so bö. Oh, das riecht lecker. Okay, passt auf, Jungs. Lass uns bei C3 im Norden da in diesem kleinen Ort treffen, ja? C3 im Norden, kleiner Ort, ja. Ne? Das ist ein guter Punkt. Da, wo die Straße sozusagen noch endet, wa? Ja, genau, genau. Da gibt es ja nur einen orangenen Punkt eigentlich, der in der Mitte da, C3 neulich. Juhu, 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 juhu. Da kommt der Benji. Ey, das ist irgend so ein krasses Lager oder so. Das Game macht so süchtig, ne? Das ist ekelhaft, ey. Das ist Hammer, vor allem, weil wir richtig exploren können auch so und entdecken alles. So. Ich bin wieder auf meinem Weg. Leute, das ist ein Aufbruchst. Dann verschanzen wir uns kurz hier, bis die anderen da sind, oder? Wollt mich schon mal reinlunzen. Ich cutte mir gerade hier was ab. Mal gucken, was ich kriege. Ich mach mal das Tor auf. Oh, oh, hör mal. Das ist ein Max. Wow, er hat mich gesehen. Ja, ja, Vorsicht. Ich komme kurz zurück. Ja, ja. Mal gucken, ob wir uns noch treffen. Oh, scheiße. Oh, ja. Ich stell mich tot. Vorsichtig sein. Ohne Scheiß, diese Max sind einfach mega assi. Er hat dich nicht mehr gesehen, Benni. Also sind ja echt diese Riesenroboter. Mit Kampfansage sozusagen. Haben richtig fett Feuerkraft. So mega MG's, oder was haben die da, ne? Raketenwerfer sind das ja nicht. Genau, bist du ja Munition mit dir. Ich hab ne Ananas. Oh. Ananas. Okay, Benni, ich geh gerade hier rum, ne? Du siehst mich ja noch. Mhm, wir sind ja in einem Team. Wir müssen irgendwie einen Schlupfschlauber mit einem Zaum finden. Irgendwas muss hier sein. Und dann diesen Riesenroboter umgehen. Scheiße, da. Hier kommt man rein. Hier auch. Also irgendwen hat der gesehen. Hast du halt kleine Haus bei dir da schon durch, Sascha? Hat er dich gesehen? Ja. Hier war jemand drin. Ehrlich? Hier sind Türen offen. Vorsicht, die könnten welche sein. Jetzt sitzt du halt bei einem scheiß Postman. Boah, der schießt. Neben dem Klo. Der Typ oder der Meck? Auf wen schießt der? Das bist doch nicht du, Benni. Ich bin weggelaufen. Ich kann's dir nicht sagen. Ich glaub, der hat auf mich geschossen. Also ich bin mittendrinne. Ja, das kann sein. Boah, er schießt. Nee. Schießt der auf dich? Ich weiß nicht, ob das der Meck ist oder jemand im Turm, ehrlich gesagt. Komm erst mal dahin, Sascha. Hier gibt's Actionleute. Das ist verboten. Oh, verdammt ey. Jetzt kommen diese Mecks halt auch noch. Diese Riesen. Wo ist er denn? Da hinten ist einer. Da hinten sieht man. Boah, die sind auch draußen im Wald, Leute. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr hinkommt. Und wir wissen nicht, ob nicht noch Spieler hier umliegend sind, die auch von vorne. Wo seid ihr jetzt genau? C3. Also bei C3. C3 in der Mitte. Norden. Ja, genau. Da geht so ein kleiner weißer Zipfelweg nach oben, der endet in einer Sackgasse. Ja, ja. Sehe ich. Und da seid ihr? Ja. Aber Vorsicht, da sind jede Menge Mecks, Riesenrobos und scheinbar auch ein anderer Spieler irgendwo. Ja, vielleicht war es doch nur der Robo. Ich bin mir unsicher. Mir auch. Wir kommen also von rechts oben. Aber ich hab halt nichts. Ich kann den bewerben mit meiner Hose so. Wir kommen von rechts unten. Ja, so. Ja, ja, ja. Sag ich doch. Okay. Wir sind voll viele Sachen schon geöffnet worden. Ja, also Borten gehen heißt ja nicht, dass wir die direkt umknallen. Aber wir können dann auch auf jeden Fall ansagen, wo wer ist. Wisst ihr, lieber Chad? Ja. Oder wir rennen einfach rein. Pizza Service. Oh, scheiße. Juhu. Benni, vorsichtig. Da kommt einer rein, marschiert gerade ins Lager. Mal die Tür doch mal wieder auf. Also könnt ihr schon sagen, ob da andere Spieler sind? Ja, andere Spieler, glaube ich nicht. Aber man weiß es ja nie, ne? Ja, ja. Verstecken sich ja auch gerne mal hier. Ist ja niemand gerne auffällig. Wie heißt Sascha? Bis die Guy. Und Sarat sah jetzt Sarat Softwitch. Und Benni, ich weiß gar nicht, ich glaube, Slay Massive? Slay Massive. Slay Massive, ja. Bin in der großen Halle in der Mitte, Leute. Nur zur Info. Mach hier alle Türen zu, bewusst. Ich glaube, das war nicht gerichtet. Ja, ne, ist eine Drohne. Hätte sich auf jeden Fall jemand umgezogen. Warte mal stehen. Komm mal, lass ich dich von oben kriege. Ganz storytechnisch wäre es halt so, dass diese Robos dafür sorgen, dass diese TV-Show noch spannender zu machen. Ich finde es aber auch spieltechnisch einen ganz coolen Ausgleich. Wobei mich dieses Gehgeräusch echt nervt. Wer weiß, wozu wir uns noch gebrauchen können. Wir sind ja gut dabei. Da kann man ja echt nicht mosern, ne? Also eigentlich müssten wir jetzt gleich bei euch sein. Ja. Wir kommen von Nordosten. Ist einfach nichts in dieser Lage, Alter. Ich habe so gehofft. Wieso kann ich denn auf einmal so lange rennen? Ordentlicher geworden. Oh, ach du Scheiße. Da haben wir noch geskillt. Keine Ahnung. Oh, oh, Leute. Ach du Scheiße. Da ist ein Riesen-Grober. So ein Kotzen, Alter. Na los. Was? So, warte hier. Ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Hä? Ach so, lol. Das war meine Anzeige, dass ich wohlig bin, lol. Ja, das hört sich an, aber wie so eine Windows-Taste, die man irgendwie falsch gedrückt hat, ne? Und irritieren, so irgendwie, ähm. Stimmt, wenn du hier Caps Lock irgendwie fünf, sechs Mal... Ja, 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 genau. Ja, genau, der hat selben Ton genommen. Der ist immer der Erschrecke. Ach nee, du Scheiße, nicht schon wieder. Ja. Weil es der nicht immer aus Versehen macht. Also wir sind erst an diesem, an diesem Zorn außen, wo es passiert ist. Der ist einfach leer gelootet. Das ist kein guter Spot hier. Echt? Ja, ja. Das ist echt schwach. Muss ich einfach mal sagen, dass... Aber die Roboter-Mistkörper sind noch da, ja? Oh, ich sehe euch. Auf wen schießt der? Auf euch, oder? Das ist doch von mich. Nee, hier ist keiner von. Nee. Ich sehe auch kein... Habt ihr rote Hosen an? Nein. Nein? Also doch, Stefan hat eine rote Hose an. Nein. Ich bin blau-orange. Blau-orange, ja. Deine Hose ist orange. Blau oben. Ich bin orange oben. Ich bin hier, hallo. Ah ja, da ist er. Ah ja, okay. Okay, dann seid ihr das. Warte. Äh. Auf wen schießt der? Das ist mal wer anders im Spiel. Oh, jetzt bin ich bei euch in der Gruppe, aber nicht mehr bei Sarazer. Krass. Oh, scheiße, wo bist du so, Walle? Ähm, komm mal, geht mal zurück den Ort und geht mal in Richtung, geht mal... Ah, fuck, wie soll ich das beschreiben? Ich bin hier... Alter, hier ist ein riesen Lager, ein Untergrundbau. Wo? Was? In dem Lager. Warning restricted area. Das kann ich öffnen. Boah, Leute. Wir kommen. Ey, das ist der Shit. Kommt schnell. Ja, okay. Ja. In dem Lager? Ja. Aber wo in dem Lager? Oh Gott, das FIFA folgt mich. Pass auf, in dem Lager, wenn ihr an den... Nach Süden, warte mal. Ja, nach Süden geht. Ganz nach Süden im Lager, ja? Da quasi wieder rausgehen wollt aus dem Gebiet, dann gibt's... Boah, die haben nicht, glaube ich... ...ein riesen... Also ein, ein Loch im Boden sozusagen und da ist ein Bunker, eine riesen Art Bunkeranlage drinne. Und die... Okay, ich renne einfach mal kreuz und quer. Die führt auch nach unten. Ja, schade, dass wir jetzt nicht in einer Gruppe sind, sonst könntet ihr das direkt... Da rennt ihr, ihr rennt in einer Nähe. Hier, da bist du, komm hier. Ja. Okay, ich hab... Oh Gott. Boah, ist das krass. Komm, bleib stehen, bleib stehen, noch warte auf die... Wo denn? Wo denn? Oh Gott, ich bin tot. Oh fuck, 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 fuck. Oh nein, Alter, ja. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Stehen wir noch, ich hab mich versteckt. Können wir dich reviven irgendwie hier in der Nähe? Ich hab mich auch versteckt. Alter, das ist jetzt richtig geil, Mann, Ranzi, das musst du sehen. Das ist echt nice. Der Benni hat's hier auch versteckt, der liegt einfach auf dem Boden. Ja, ich steck auch einfach auf den Kass hier. In der dritten Renteasche im Bunker ist hier hinten. Oh Gott, wir können jetzt gar nichts machen. Ja, wenn ich mich hier bewege, dann haben die mich sofort. Weißt du denn ungefähr, wo das ist mittlerweile? Du hast doch immer ein paar Sekunden... Benni, erklär mir das doch mal, du bist auch gerade lang gekommen. Ich hab noch 32 Hilfe. Ich bin quer über den ganzen Platz gelaufen. Also, an dem großen Hangar vorbei, quasi zum gegenüberliegenden Zaun. Und da ist eine Straße, die geht schon so schräg den Berg runter. Kannst du nicht verfehlen, wenn du einfach quer an allen Baracken vorbeiläufst. Und dann noch dahinter, quasi. Oh Gott, Alter, ich bin hier gerade voll umzingelt von den Viechern. Ja, du musst eigentlich im Süden... Außerdem sind wir doch in einer Gruppe, du müsstest mich doch jetzt sehen können. Ja, hier müsstest du sehen. Ja, ich sehe dich, aber... Ich sehe nur den Namen von Stefan. Boah, der ist jetzt direkt hier vor der Haustür. Ach du Scheiße, komm doch auf uns zu, Benni. Der kommt hier rein. Doch, der kommt hier rein. Ach, das ist ja auch nur Stefan. Der sieht uns. Der ist direkt vor uns. Boah, der dreht um. Ach, sein Glück. Ja, ich glaube, ich blute noch, ey. Ah, okay. Hast du nichts zum Bandagieren? Doch, doch, habe ich. Ich habe mich jetzt bandagiert, aber... Kann sich nicht bewegen. Ich versuche mal zu dir zu kommen, Stefan, weil ich glaube, du bist in der Nähe von den beiden. Nee, du bist in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Ja. Aber könnt ihr mich sehen, nicht auf dem Radar? Ich kann dich sehen und ich kann nur Sascha sehen. Ich habe mal runter zu dir gerobbt, Benni. Mach einfach mal die Tür auf. Aber wenn du Benni siehst, warum siehst du... Warum sehe ich ihn nicht? Weiß ich nicht. Ich sehe dich aber noch. Also die können das noch auf jeden Fall nicht rein. Hier seid ihr sicher. Das ist scheinbar so eine Art Bunkergelände. Ja, nur da muss ich erst mal hinkommen, Alter. Ich glaube, ich habe das noch gefunden. Okay, hier ist auch ein Megalager. Alter. Alter. Oh Gott. Alter. Ja, jetzt sehe ich Sascha. AKS Magazin. Oh. MP5 Magazin lasse ich mal da. Ich brüche meine kurzen Hosen. Oh mein Gott. Hier ist ja alles, ne? Oh, hier ist ja eine komplette MP5. Mega. Hm. Jetzt kommst du in die... Also hier ist es richtig crazy. Hier, das müssen wir uns auf jeden Fall merken, Leute. Falls ihr selber spielt hier. Oh, da schießt der. Ja, ich werde beschossen, aber ich bin, glaube ich, safe. Hier ist eine MP5 in dem einen Ding und ein Magazin dafür in dem anderen. Ich habe es mal da gelassen. Ja, auch jede Menge Technik, glaube ich. Ich lasse auch jede Menge. Da kann der E-Guy noch nicht voll ausrüsten. Ich habe, ich habe, ja. Eine MP5 und alles Mögliche. Kaliber 22. Ich habe so viele Kartoffeln dabei. Gunpowder brauchen wir, glaube ich, nicht so viel, ne? Komm. Oh, la, 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 la. Steig durch, Junge. Bist du tot? Mom! Bist du tot? Ja, ich bin tot. Oh, nein. Ey, wir müssen ja auch wieder rauskommen, Leben, Benni, ne? Das wird auch nochmal so ein... Ey, das ist so ein riesiger Bunker. Boah, wie krass ist denn das? Ey, Cola-Maschine. Aber Potato-Chip salty, Leute. Ich bringe welche mit. Butter auch. Was brauchen wir denn? Jetzt muss ich leider noch mal aussortieren. Oh, ich kann doch was in meine... Ey, passt halt nicht rein. Ey, Mann, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt komme ich da nicht hin, ey. Von zwei Slots. Kommt ihr da nicht durch, also... Ich würde ja gar nicht... Irgendwie muss man noch daran vorbeikommen. Diese Kartoffeln alle aufheben, wisst ihr? Ich kann mir vorstellen, dass wir die noch noch gebrauchen können. Ach, das ist scheiße. Geil. Der Laden hier unten ist der Hammer. Ihr müsst hier hinkommen, einfach. Ja. Äh... Joggen, fliegen. Ja, ich weiß. Ich weiß jetzt auch nicht mehr mehr, wo der hingang ist. Das ist irgendwie ein Labor, ein Untergrundlabor. Vielleicht haben die hier diese Zombies gezüchtet oder so. Warte, ich kann dich nachher abholen. Weißt du, wo du bist? Bist du jetzt im Gebiet wieder? Im Lager? Ja, ich bin hier, aber das Ding verfolgt mich. Du musst ganz im Süden hingehen. Ganz in den Süden des Lagers. Wirklich ganz... Als würdest du schon rausgehen. Und dann siehst du, das ist fast... Unübersehbar. So ein Riesenloch. Und da ist so ein Bunker drin. Schleich dich irgendwie dahin. So habe ich es auch gemacht. Einfach die Wege ein bisschen abgepasst von den Läufern. Oh. Ich glaube, da spricht jemand mit dir, ne? Warte mal, vielleicht können wir einen Alternativgang hier öffnen, weil das ist ein Riesentunnelgewege. Das ist ja voll das krasse Office hier gewesen, oder so. Also ich brauche einen Moment, aber ich komme wieder in eure Richtung. Hier benutzt man einen Dosenöffner. Ich glaube, einfach auf das Ding, was du öffnen willst, und dann... Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, die Dinger, Alter, die spinnen hier oben voll verrückt, weil die euch eigentlich sehen, aber ihr unter der Erde seid, wisst ihr? Das kann auch sein. Dass es ein bisschen rumbackt noch, ne? Ja. Also so eine Lupe oder sowas brauchen wir jetzt nicht wirklich, ne? Doch, dann können wir vielleicht Feuer machen. Mit der Kameralinse auch. Dass es ja alles gibt. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht müssen wir die dann irgendwie ablenken. Ich probiere mich weiterhin mit Sui zu kämpfen, Jungs. Und in der Hoffnung irgendwie vielleicht... Äh, ich spiele mit, äh, des Igay, Sarazar und Benni. Und da ist der Ranzi. MC Ranzratte. MC, ja. Die Ranzige Ranzratte. Naja, manchmal zwischendurch ist auch ein MC. Da kann man nicht... Ja, 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 okay. Sag nur Maggi. Ja. Oh, ist ein Welthit. So Niveau Elektro-Tit. Ja, ist so, Alter. Ist einfach komplett. Pass auf, Mandrit. Ich versuche dir mal ein bisschen entgegenzukommen. Oh nein. Jetzt gerade. Oh doch. Jetzt. Äh, er guckt gerade. Ne, jetzt dreht er sich um zu mir. Alter. Ist das ganz schlecht? Anti-Malaria-Pilz. Und Anti-Biotics. Yo, Moine. Kann man Malaria hier kriegen? Auch noch verdammte Kacke, oder was? Du hast gerade einen Pilz gefunden, der Anti-Malaria-Pilz heißt. Ne, die Pilze... Also Pillen dagegen scheinbar. Ach, Pillen. Achso. Das wäre noch... Wer ist noch? Ey, ultra geil. Ein Meter Wire. Damit können wir bestimmt den festbinden. Das reicht nicht für Stefans Bauchumfang. Das ist korrekt. Das müssen wir mal ausprobieren, Jungs. Nein. Schon nice. Okay. Benni, wo bist du? Ja, als ob du mich jetzt gesehen hast. Halt die Klappe. Oh mein Gott. Ich habe einen Schuss abbekommen. Mein Arm blutet. Jetzt bloß nicht sterben, ey. Aber siehst du den Eingang jetzt? Oh Gott, da steht ja noch einer auf mich. Ach du Kacke. Und jetzt noch ein Spieler nachher hier. Ja, der steht genau vor dem Eingang, oder? Server ist voll. Hör mal. Ready? Ja, ich kann gerade nicht gucken. Ja, hoffentlich. Ja, er geht wieder weg. Oh, er kommt wieder. Wie soll ich denn da reinkommen? Ja, aber lass den gleich mal vorbeilaufen. Wenn wir den kurz in Ruhe lassen, läuft er an dir vorbei. Und dann, äh... Ich glaube nicht, dass der jetzt an mir vorbeiläuft, weil der auf einmal durch das Haus gucken kann. Und ich jetzt tot bin, glaube ich. Danke, Lohje, number one. Oh mein Gott. Lieben Grüß zurück. Okay, du weißt immerhin, wo du hin musst. Ich bin weg. Bunker schließen. Ich habe ein riesiges Problem. Hier kamen wir her. Benni, bist du vorne wieder raus? Gibt es keinen alternativen Zugang? Ich glaube, der Server rippt gerade. Nee, ich bin einmal im Kreis gelaufen, glaube ich. Noch am Kino, vorbei. Der Server rippt. Benni, hier kommt aber einer entgegengelaufen. Wer ist das? Nein, das bin ich. Hä? Du bewegst dich aber noch. Oder doch nicht? Nee, der rippt nicht. Alles gut. Ja. Ihr seid so lustig. Benni, was... Ja, ich bin tot. Es gibt keinen anderen Eingang oben. Nee, ich glaube nicht. Was hier denn? Control Room? Ja, der ist richtig crazy, Mann. Da war ich eben auch. Ich bin durch das Haus durchschießen. Da ist ein Fenster drin. Das hat nichts gemacht. Oh nein, haben die dich? Äh. Oh Mann, ey. Verdammt. Dein Ernst? Es gibt Bären in diesem Spiel. Bären, Bären oder Bären? Bären, Bären. Bären, Bären. Alter, ich bin C1. Oh geil. Freue ich mich schon. C1. Wo ist ein C1? Ach du Scheiße. Am Meppland. Da war ich gerade auch. Ich bin jetzt schon bei C2. Ja, würde ich sagen. Kommen wir euch mal langsam entgegen, falls wir jetzt überhaupt mal hier rauskommen. Und dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt schon ziemlich Glück gehabt. So ein R-Feed wäre natürlich auch noch was. Ziemlich Glück in Anführungszeichen. Sorry. Oh kacke, ey. Hier gibt es ja auch noch Räume, Benni. Alter, hier ist so ein richtig geistesgestörter... Ja, wenn bei euch so viel Loot liegt, dann bleibt doch mal da. Dann kommen wir jetzt zu euch. Ja, Loot ist da nicht viel, aber es müsst ihr euch eigentlich mal geben, weil es so freaky ist. Und hier gibt es so Medizin viel, weißt du? Ey, was soll ich denn hier nehmen alles? Hier gibt es Krankenheiten... Was ist das? Für alle Krankheiten gibt es hier Pillen. Ich lasse sie mal hier liegen, da wissen wir Bescheid. Ich kann jetzt eh nicht so viele Krankheitssachen. Ich nehme jetzt einfach Antibiotika mit und das reicht erstmal, oder? Oh, Bandagen sind natürlich sehr nice. Also Waffen sind hier halt wenig oder so, ne? Es scheint so eine Art Forschungsstation gewesen zu sein. Wahrscheinlich haben die hier die Zombies kreiert. Benni? Ja, kann gut sein. Ich muss mich gerade heilen. Aber scheinbar ist die Insel ja auch übernommen worden von irgendwelchen. Die haben sich ja scheinbar nicht mehr so richtig unter Kontrolle aus mit diesen Riesendingern da. Ja, hm. Was das mit den Zombies jetzt zu tun hat, wüsste ich auch gerne. Ja, vielleicht gibt es da nur eine Storyaufklärung. Okay, der Mech ist vorne an der Tür. Verdammt, du bist halt echt direkt davor gestorben. Ich? Ja. Aber wie bitter, ey. Ja, da waren auf einmal zwei. Ich stand hinter diesem Haus, da wo meine Leiche liegt. Wir sind dann da irgendwie um mich herumgekreist die ganze Zeit. Ich habe jetzt das Problem beim Rauskommen halt, ne? Ja. Denn ich warte mal auf dich, ne? Damit da nicht unnötig zu zweit jetzt sein. Ich brauche schnell einen Verband. Hast du einen? Ja, ja. Bist du am Ausgang? Ja, ich bin am Ausgang. Komm her. Wäre voll geil, wenn es noch so schneiden würde oder so. Ja, vielleicht gibt es das ja auch noch. Also es gibt ja Tag und Nacht, ne? Aber Nachtweil ist es so dunkel, ey. Ja, aber hast du schon mal Thunderstorm mitbekommen? Auch sehr geil. Nee. Hier im Spiel gibt es auch einen Donner und so. Ja, ja, Gewitter. Geil, Alter. Und Regen und Atmosphäre und Sturm. Stimmt, du hast ja gesagt, steh bloß nicht im Regen, weil einer da halt kippst, ne? Ja, genau. Weil da wird man auch krank, Leute und so weiter. Ja, ja. Richtig nice. Okay, jetzt warten wir mal hier auf den Benny kurz. Aber was für ein Labyrinth, ey. Ja. Beweg mich jetzt mal nicht vom Fleck, weil gehört dazu. Hier ist hier der Ausgang? Ja, hier ist der Ausgang. Wo bist du? Ach, schon ganz oben? Ja, ja. Ich schwort hier. Da bist du, stopp nicht. Der ist voll gefährlich da oben. Ja, ich komme ja runter wieder. Runter, geh runter, runter, runter. Boah, ich fände das aber auch geil, wenn es in diesen High-Loot-Regionen vielleicht nicht so wirklich viele Mechs gibt, sondern vielleicht einfach mal eine Zombie-Horde oder so. Ja, wäre auch echt nice. Weil bis jetzt überall da, wo High-Loot ist, sind diese Wormelter-Fies. Ja, die sind auch echt anstrengend, ne? Guck mal, beiden hier. Ja. Ach, sehr gute Idee. Ähm, ich gebe dir hier meine Bandagen. Meine letzten. Behabe sie wohl. Oh, da liegen sie. Die sind ja voll klein. Boah, es wird sogar Nacht, Alter. Emergency Bandagen. Ja, mega. Die sind die besten, Alter. Danke. Wäre fast verblutet. Ja, wie man sieht. Du blutest den ganzen Boden voll, Alter. Du hast hinterlassen, richtig Blutspur. Richtig krass. Bantagier dich. Kann ich verfolgen sogar, nennt der Blutspur. Das ist voll geil, Leute. Okay, jetzt geht's mir besser. Super. Jetzt Operation Kamikaze, oder was? Ach, wir müssen dann wieder rauskommen, ne? Ich halte halt. Leute, schreibt mal im Chat. Rennschuss aus, gerade. Äh, rennen wir da raus, einfach, oder? Ja, wird übel. Wo rennst du rum, Stefan? Ähm, C1 aber noch so an der Grenze, also so Richtung Airfield. Ich bin aber sehr, sehr weit rechts gestartet im Osten. Rennen ist gerade halt in den Westen, einfach, einfach eigentlich quer vom Osten, Nordwest. Der hängt ja direkt vor. Also wir müssen rausrennen, sobald der so ist. Und dann wahrscheinlich nach rechts irgendwie ab, Benni. Ja, genau. Bitte? Ich denke auch. Und dann durch den Weiß. Ich habe gesagt, du wirst einfach mit dem Einmal spielen. Wir machen den Rush, wenn der rückwärts geht schon. In der Hoffnung, dass er uns da nicht sieht, okay? Wir gehen aber nicht rennend, wir gehen so. Jetzt. Nicht geduckt, nicht geduckt, geh normal. Renn normal, Jogging, Jogging. Und jetzt nach rechts hier rüber. Ich war noch nicht so weit, sorry. Ich renne noch gleich. Er hat dich gesehen, oder? Nee. War gut, war gut. Ich mache es genauso wie du gleich nochmal. Er hat mich gesehen, ich finde ihn ausgängig. Oh fuck. Okay, ich bin raus, ich bin raus, Mann. Wow. Heilige Scheiße. Okay, das war aber knapp, oder? Ja, war verdammt knapp. Ich verstecke mich hier hinter irgendeinem Felsen. Ich warte hier auf dich. Alter, das Game ist hammergeil. Ja, und wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt der ganze Sache bei YouTube einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren. Gut bei Twitch-Followen, da streamen wir jetzt am 1. Jetzt holt ihn gut an, er sieht auch noch aus wie DayZ gerade. Ja, es ist total DayZ-Feeling, Alter. Übelstes DayZ-Feeling einfach. Kommt da wieder hoch. Er meinte, der Paul gerade Tür schließen, dann haut der Mac ab. Ich weiß es nicht, glaub nicht unbedingt. So, Benni, wo bist du denn jetzt? Ich renne. Oh, dreht er sich direkt um? Das ist echt ein ziemlich kurzes Zeitfenster. Oh, da kommt eine Drohne. Verdammt, ich höre sie doch. Ja, die machen aber nichts. Das sind die TV-Show-Drohnen, die filmen mich gerade. Hallo. Warte mal. Habe ich was für dich? Oh mein Gott. Hier. Guck mal, Leute. Der lässt mich nicht mehr raus. Ich pinkel, während die Drohne zuguckt. Ja, und ihr dachtet, der Saratzer stirbt, schreibt die Nadine. Nee, 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 das haben wir diesmal geschafft. Mittlerweile sind wir ja ein bisschen geübter. Und danke für eure Likes. Vielen Dank für euren Support. Und ich freue mich, dass es euch gefällt. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar nachher mal beim Video lassen mit ein paar Tipps zu dem Spiel. Ich kann es im Livestream halt sehr schlecht lesen, immer zwischendurch. Ihr seht das ja selber. Es geht ziemlich schnell unter. Ich muss hier ja auch Action machen und so, ne? Aber wir haben es überlebt. Alter, was ist das denn? Ich bin, glaube ich, bei dieser riesigen Fabrik wie vor... Nee. Aber ein Einnäher. Fabrik. Ja, die Steuerung, die Bewegung ist auch wirklich besser. Oha, da muss ich aber mal kurz gucken. Okay, Benni, wo bist denn du jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. Bist du immer noch in dem Loch? Verdammt. Nein, ich bin tot. Nein. Nein, ehrlich? Das gilt's halt nicht. Das gilt's halt nicht echt jetzt. Scheiße. Bist du wirklich tot? Tot, tot? Mhm. Verdammt. Okay. Okay, Leute. Ten neuer Treffpunkt. Wo? Ja, er fehlt. Er fehlt. Also B1. Oh, Mann. Ja, ich hätte jetzt da eine halbe Stunde warten müssen, bis ich wieder genug Hals hätte. Ja, ein kleiner Treffer. Und der rasiert dich, ne? Was soll man denn hier cutten eigentlich? Ey, wir wollten doch jetzt eigentlich mal so eine Art Hütte bauen, eigentlich, ne? Du, ich bin... Ja. Oh, cool. Ich habe ja auch jede Menge Kartoffeln. Soll man es nicht irgendwo friedlicheres treffen? Eine Kartoffelhütte. Ich habe ja auch dieachten who das Hef, das Hef, das Hef, das Hef, das Hef, das Hef. Untertitelung des ZDF, 2020